Es ist wieder Trainingszeit, es beginnt jetzt unsere Rückrunde. Mit einem Punkt starten wir rein. Und heute nehmen wir euch einfach mal mit bei unserem Training, wie wir uns für die Rückrunde vorbereiten. Hier schon unser erster und einziger Torwart Meli. Der muss uns jetzt hinten den Kasten sauber halten für die Rückrunde. Gehen wir einfach mal auf den Platz. Liga, wer bist du denn? Bist du hier neuer Mitglied? Ich bin der Neue. Neuer Mitglied wahrscheinlich, oder? Ich bin der Jens. Auf deinem Pulli steht was Verräterisches. Ich bin ein großer Fan dieses YouTubers. Da darfst du nicht verraten, niemand würde sich so nur die kaufen außer Loco selber. Da hast du recht. Er ist es. Pablito, auch am Start natürlich immer fleißig am Trainieren. Meli, unser Torwart. Wow, mit den Skills hier, so muss das. Die Jungs machen sich auch super warm. Sieht klasse aus. Und die zwei Spezialisten, Alter. Da haben sich wirklich zwei gefunden, Leute. Cedric und Boris, die Bestie. Ich zeig euch mal die Schaufel. Direkt die neuen Schuhe gegönnt hier, der Junge, Alter. Für die Tore. Nach dem ersten Tor direkt Nike-Sponsoring bekommen. Eins, zwei, zwei. W 유 one, drei, zwei, drei, vier, drei, vier. Ein, drei, zehn. Einer dahin, einer hoch oder tief? Ist egal. In die Tiefe! Musst du tiefer rein? Bin der Trainer oder so? Bälle zu Fabian, wir wechseln dann auch immer die Station. Aber bitte spielt das sauber, das ist ganz wichtig. Fabian spielt mit dem Ball. Wir simulieren jetzt hier den Innenverteidiger. Er dribbelt an. Noch einer da hinten. Loco, wir machen das jetzt so. Ich dribbel an. Du gehst dann auch mit rein, bringst die Flanke, Torabschluss. Ich dribbel an. Du kommst rein, Loco. Guck mal, wenn der Trainer so ist. Es ist immer gut, wenn der Trainer die eigenen Übungen nicht kennen, sagst du, oder? Wenn der Trainer so ist, wie sollen dann die Spieler sein? Ich würde sagen, einfach spielen, oder? Ich würde sagen, Tore raus von 5 gegen 5. Was machen wir hier? Guck mal, bringt gar nichts. Sühle hier auf Boris. Der spielt, der ist ein bisschen verwirrt. Der spielt den Ball auf Janek. Es geht hier wieder raus. Auf Loco. Er bringt da den Schwerpass. Boah, sensationell gemacht, der Boris. Sein erstes Tor, glaube ich. Okay, scheiße. Scheiße. So schön raus, aber hast du gesehen, wie der dich da rauskommt? Ey, Parade, Digga. Du hast doch heute gesagt, du nimmst immer mit dem Russland. Millie, was passiert? Millie, Millie. Was? Was passiert? Ich muss dir die Eier bekommen. Was passiert, Bruder? Ich will auch noch Kinder haben in diesem Leben. Das ist schon der Zweite heute im Training. Was ist los mit euch? Stark, stark. Genug trainiert, Leute. Jetzt gibt es natürlich das klassische Abschlussspiel ganz genau. 5 gegen 5 bzw. 4 gegen 4. Feldspiele offensiv gegen defensiv. Ich endlich im offensiven Team. Schauen wir mal, wie es hier ausgeht, Leute. Jetzt wird richtig in die Knochen reingegrätscht, damit wir alle nochmal verletzen vor der Rückrunde. Die Knochen reingegrätscht, damit wir alle in die Knochen reingegrätscht haben. Die Knochen reingegrätscht, damit wir alle in die Knochen reingegrätscht haben. Die Knochen reingegrätscht, damit wir alle in die Knochen reingegrätscht hat. Nein! Warte mal, Meli. Du haust jetzt einfach ab! Bruder, zusammen duschen, L*****, für das Team, Alter! Ich kann hier was tun. Ja, der Boris, der ist noch was schuldig. Wir sehen uns beim Spiel, Bruder. Noch irgendwelche Worte an Hösel. Erstes Tor, ich merk's. Hau rein. BAM! 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 Deny! BAM! Nein! Gotti! Ah! Meli ist eine Wildsau. Oh! Hallo, hier ist die Kameramann. Macht das stark, der Pablito, aber er hat keinen linken, er hat keinen linken, das weiß die ganze Kreisliga. Aber er hat einen rechten, der Habermeli. Oh mein Gott, das muss doch sein und das ist es, Alter, krank gemacht noch, weißt du warum? Wegen Seiten auf Null, Bruder, seitdem läuft es wieder. Ja, aber besser als vom letzten Ball, kein Windwiderstand mehr. Pablito kann den Ball behaupten. Oh! Das muss es sein, das muss es sein. Oh! Pablito, der Sieger. Damit bist du wieder Stammspieler jetzt. Ja, ich darf wieder spielen.